Und nun, liebe Zuschauer, machen wir hier im Studio Heidelberg Fortsetzung mit dem Thema die unsichtbare Regierung der USA. Als es Otto von Bismarck gelang, die deutschen Länder zu vereinigen, wurde das Deutsche Reich sowie die österreichisch-ungarische Monarchie von der englischen Weltmacht als Don im Auge empfunden. Durch den Ersten Weltkrieg wurde der wirtschaftliche Widersacher aus dem Wege geräumt. Das darauf folgende Diktat von Versailles war bestrebt, die deutsche Konkurrenz für immer zu beseitigen. Deutsche Gebiete sowie sämtliche Goldreserven wurden Deutschland gestohlen. Als Kriegsschuld wurden dem Reich unbezahlbare Schulden auferlegt. Um zu existieren, musste Deutschland mit unverschämten Zinsen von der privaten Weltbank Geld borgen. Durch die folgenden 20er Jahre wurde unser Vaterland durch Inflation in eine der dunkelsten Zeiten der modernen Geschichte Deutschlands gestürzt. 1933 sagte Winston Churchill, Wenn Deutschland den Goldstandard nicht anerkennt, gibt es in fünf Jahren wieder einen Krieg. Ganz gleich, wer den ersten Schuss feuern wird. Durch den Verrat von Churchill an Europa verlor Deutschland den Zweiten Weltkrieg und England sein Weltreich. Deutschland lag in Trümmern, mehr deutsche Gebiete wurden gestohlen und das Land wurde in Ost- und Westdeutschland getrennt. Auch sämtliche patentierten wissenschaftlichen Errungenschaften wurden gestohlen. Doch dank der bolschewistischen Gefahr wurde Deutschland als amerikanischer Satellit geduldet. Dem deutschen schaffenden Geist wurden durch Sinneslust und Multikultur schließlich Ketten angelegt. Durch die Intrigen von Franklin D. Roosevelt war nun Amerika eine Weltmacht. Wer jedoch das amerikanische Volk und deren Regierung regiert, offenbarte sich schon vor dem Ersten Weltkrieg. Um den wirtschaftlichen Zyklus und deren Schwierigkeiten zu lindern, gelang es privaten Weltbanken durch ihre Gold- und Geldreserven, die Regierung unter Präsident Wilson zu überzeugen, das Federal Reserve Board zu gründen. Als Gegenleistung war die Federal Reserve anfangs nur als Berater in den finanziellen und wirtschaftlichen Gebahrungen der Regierung beteiligt. So wurde die Tür geöffnet, die mit der Zeit durch käufliche Politiker, echte und hervorgerufene Wirtschaftskrisen, Kriege und so weiter, die Federal Reserve zur unsichtbaren Regierung der USA machte. Die Interessen des Volkes wurden durch die Habsucht der Weltbank und deren Körperschaft ersetzt. Amerika hat seine Seele dem Bösen verkauft und somit jegliches Recht verloren, sich eine Demokratie zu nennen. Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich mit einem hierzu passenden Zitat von Generalmajor Charles Fuller. Nicht die politischen Lehren Hitlers haben uns in den Krieg gestürzt. Anlass war der Erfolg seines Wachstums, eine neue Wirtschaft aufzubauen. Die Wurzeln dieses Krieges waren Neid, Gier und Angst. Die Wurzeln dieses Krieges waren Neid. Die Wurzeln sind in die Wirtschaft auf毒, die wirrer auf das Recht aufkürt. Und die Töne der Weltkirche sind in die Weltkirche. Die Wurzeln sind in die Weltkirche. Sie war der Weltkirche. Das war der Weltkirche. Sie war der Weltkirche. Die Wurzeln sind in die Weltkirche mit einem affirmative. Die Wurzeln sind in die Weltkirche, Und wenn alle anderen, die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleichlauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984